Die Geschichte der Kriegsherren Ich war dabei, habe es miterlebt. Mein Volk hat diese dunkle Zeit nur durch seinen Glauben ans Licht überstanden. Glaube ist eine mächtige Waffe. So sagt man. Die Allianz bezieht ihre Stärke aus dem Licht. Woher nimmt diese eiserne Horde Kraft zu dunkler Stunde? Glaube. Einer der Clans, das blutende Auge, schöpft Zuversicht aus der Kenntnis ihres eigenen Todes. Geführt werden sie von einem Ork namens Killrog. Killrocks Clan herrschte einst über den Dschungel, bis die Arakoa kamen. Sieh! Sieh! Allesamt! Sieh! fixture die historicalen musikation harsch Zuversicht auf und overs exam Franken? Sieh! Ich könnte sie denn ausğ画ben werden. Um zu überleben, tauchte der Clan unter und lebte in stetiger Angst. Ihr Häuptling, Kilrocks Vater, hatte ihnen sogar verboten, ihre Waldzuflucht zu verlassen. Jahrelang hatten Krankheiten den Leib des einst mächtigen Kriegers geschunden. Dahinschwindend nahm er die Hoffnung des Clans mit in sein Grab. Vater, eines Tages wird der Fluss versiegen. Wir werden auf andere Weise überleben. So, meinst du? Sieh uns doch an! Das ist doch kein Leben. Zu erzittern, wenn der Wind weht. Jeder Häuptling muss schwere Entscheidungen zum Wohle seines Clans fällen. Ist das denn der Tod, den du vorhergesehen hast? Nein, ich habe einen anderen Tod gesehen. Aber vielleicht wird es Zeit, dass du deinen endlich siehst. Geh! Stelle dich deinem Schicksal! Kildrok war an das Vermächtnis seines Vaters gebunden. Und an die Bräuche seines Clans. Wer einmal Häuptling werden sollte, unterzog sich dem heiligsten aller Rituale. Sie opferten ein Auge und erhielten im Gegenzug eine Vision ihres eigenen Todes. Doch manchmal zeigte ihnen die Vision viel mehr. Kildrok sah seinen Clans nicht wie er war, sondern wie er sein konnte. Ihre Feinde zermalmt unter einer Flut wilden Blutrausches. Und Kilrok war einer von ihnen, seine Entschlossenheit unerstehendlich. Selbst als ihn der Tod ereilte, fürchtete er nicht, was er sah. Er hieß sein Ende willkommen. Also erzähl mir von deiner Vision, mein Sohn. Ich sah unseren Clan stolz und mächtig, siegreich über unsere Feinde. Eine glorreiche Vision der Zukunft. Weshalb bist du dann so besorgt? Weil du kein Teil davon warst. Du hattest recht. Jeder Häuptling muss schwere Entscheidungen treffen. Zum Wohle des Clans. Endlich. Das ist der Tod, den ich vorhersah. Untertitelung des ZDF-9 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020